Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Vizewiest mit Andy Ja mal wieder Ja heute nehme ich auch mal auf, ein Wunder Wir connecten jetzt mal, mal schauen, mein FPS Geht's mal so ein FPS her? Ja, es schwankt zwischen 18 und 25 Ja, aber ich hab ja auch weniger FPS hier Ja, ich hab aber auch grad übelst einige Prüchte gehabt Das ist aber nur hier, wenn ich nach der hinten laufe, da hab ich wieder mehr Ja, keine Ahnung Ja, wir probieren heute einfach mal aus, ob das mein PC auch mitmacht mit den Aufnahmen Ja, und was machen wir heute? Also ich hab gedacht, wir gehen ein bisschen in der Mine Ja Da hab ich ja eine große gefunden, als du mal abgekackt bist Mit deinem scheiß Internet Ja, übrigens ich hab jetzt auch Internet 50K Leitung für mich alleine, das reicht mir Reicht Auf jeden Fall Für mich alleine, ja So, mach mir mal bitte volles Werkzeug Aber nur auf Steine Ja, von mir aus auch nur Steine Ja, warte Ach, uns fehlt ein Eisen-Shit Egal Ah, scheiße So Du kriegst eine Spitzhacke und eine, äh, ein Schwert Ja, brauchen wir, äh, Zuckerrohr Ja, ich bring, ich hol mal eben was und übrigens, ich hab auch, äh, Öl gefunden Ja, ich auch das Gerade so Ja, ja, genau Aber wie groß Im crafting table da Achso Also wir gehen jetzt erstmal auf Kuheschlachten Auf Kuheschlachten, ja Auf Kuheschlachten Ja, ich hab hier Übungs FPS Einbrüche, keine Ahnung Die scheiß Kuh, läuft die erstmal um mich Ja, Mann, ich sag ja, ich hab FPS Einbrüche Jo, hol mal Aber es kann auch bei, kann auch an den 78 Mods liegen Ach, hier sind es nur 78 Boah, wie def Wahrscheinlich, naja, ich hab jetzt, ja, sieben zwischendurch, WTF, übelst Einbrüche, keine Ahnung Also im crafting table hast du gesagt, liegen noch welche Haben wir noch irgendwo Kohle Nee, deswegen baue ich so grad ab Gut Weil wir brauchen ja Essen und so Ich hör Lava Ich suche erstmal unser Zuhause wieder Bei den Waypoint habe ich mir noch nicht gesetzt, was ich jetzt aber tun werde Ja, ich hab nur ein Waypoint Höhle, auch geil WTF Na, ich bin bei uns Also wir sollten auf jeden Fall Iron finden und dann, äh Ja, auf jeden Fall, ich brauche Essen Ich brauche Essen Welchen wohl lag jetzt die Schutzachter? Ich hab 20 Kohle, ich denke, das reicht erstmal Ich hab noch 18 Kohle gefunden, aber egal In dem crafting table Ja, da lag noch 18 Kohle drin Auch geil Oder das war ausgerechnet für ein solar panel Äh, 18 Stück Ja, ich weiß nicht, weil braucht man ja dieses, äh, wie heißt das? Kohle das Ja, brauchen einen Meservator und der war nicht so schwer Das war drei Flint, das liegt nämlich auch da wahrscheinlich im table Oder? Meservator, keine Ahnung, ich will grad Meservator Ich frag mich, was der, äh, Rotary Meservator macht, wie der arbeitet Ich glaub, der arbeitet gleich nur, der arbeitet wie der Induction Furnace, eher so auf Hitze Okay Würde mich auf jeden Fall halt mal interessieren Also wir brauchen drei Flint, ähm, zwei Cobblestone, einen Maschinenblock und ein Electric Circuit für den Meservator Leg mal die 8 Stück wieder auf Ja, da fehlen noch zwei Stück So Und ein Electric Circuit, brauchen wir sechs, ähm, Dings Ja, Copper hab ich grad mitgebracht Jo, brauchen wir jetzt nur noch Robber Da hast du, hast du da auch wieder abgezählt in dem anderen, äh, Dings hier, Project Table mit den 22? Ne Ne, gut Aber da hab ich's fürs Solarpanel irgendwie, da brauchen wir drei Kohle auf jeden Fall Cool das, ja So, da ist auch schon uninsulated Copper Cable Hey, wo haben wir Robber noch? Ja, wir bräuchten mal Becken Ja, brenn mal Copper brennt grad Ja, wo, ich seh's Hm, haben wir noch irgendwo einen TreeTemp? Äh, ja, eigentlich schon, oder? Wo? Haben wir irgendwo eigentlich ne Kiste? Äh, ne Ich merk's Doch, wir haben zwei Kisten Indirekt Hier Wie viele? Das nen Tweet Trip Ja, ich hab grad wie viele Aber die Frage hat sich erledigt Aber es sollte auch mal Tag wieder werden Wär geil, oder wir brauchen Betten Weil, du kennst ja mein Glück mit Creepern Ja Leider Leider Indie Warum, warum? Keine Ahnung, weil meine Maus übelst scheiße ist heute Heute? Wir brauchen zwölf Robber Ja, also ich hab Ja, also ich hab zwölf Sticker gesehen Ja, ich hab auf jeden Fall wieder welches gefarmt Gefarmt? Gefarmt Wir brauchen Wolle Unbedingt Ja, wir bräuchten Flecken Oder Was auch mal interessant wär eventuell Wär wenn wir ähm Wie heißt Dass wir einfach nur unsere Also erstmal alles auf Technik ausbauen Keine Wolle finden Ja Und das dann einfach mehr Duiometer herstellen Hohoho Nein, wir, ich weiß wie wir Wolle finden Also Ich geh mal hier so Du brauchst eigentlich nur dieses Flex Seed, ne? Ja, deswegen Hab ich schon auch gepflanzt, ne? Du hast Flex gesehen Ja Ja und wenn die ausgewachsen sind Dann kriegt man da eigentlich äh Wolle Äh Fäden raus Strings Und daraus kannst du ja Wolle machen Ja Ja Leider Mein Fleisch Mhm Deswegen hast du schon Strings? Mhm Ja, drei Oh Kannst du noch keine Wolle machen Mhm Aber ich hab äh Wollmiel Ja, das ist auch schön Und ich hab sechs Fleisch Haben wir irgendwo schon gebraten, ne? Ja Ich hab immer ein Inventar hier Gib mal her Ich brauch Ich hab nur noch äh Fünf Keulen, ne Doch fünf Was drin geschmissen? Nö Ne Warte einfach kurz, ich brennt jetzt gleich nochmal welches Ja So brennt Fünf Stück Ich hab auch noch mal Nö, elf Insgesamt Soo Ja sorry, ich hab halt auch Hunger Warte hier Ich hab schon mal zwölf Copper Cable Warte hier, ich hab schon mal zwölf Copper Cable Ja Ja Ich brauch halt nur die Hälfte für ein Elektrin Ja, aber du brauchst noch äh Revenite Iron, ne? Das mach ich nämlich grad Gut Äh und äh, was war noch? Redstone? Ne Doch In die Redstone eins Oder was so? Zwei Redstone In der Mitte dann das Revenite No Bitte Danke So, was brauch ich jetzt noch? Einen Maschinenblock? Ne Ja, Maschinenblock haben wir wahrscheinlich, oder? Doch, könnte passen mit den alten Äh, du hast das Electronic Circuit, kann das sein? Hm, ne Hä? Och Was hast du? Ich hab's nicht im Inventar Ich auch nicht Egal, mach ich halt ein zweites Ich hatte's nämlich auch nicht im Inventar, warum auch immer Oder warte, ich guck nochmal in Ja Ja Ja, ich hab's ein zweites gemacht Lol Was? Es war noch genug dafür Da Ja, aber trotzdem, jetzt haben wir Copper Cable verschwendet Ne, hier liegen noch sechs Stück drin, ne? Hä? Ach, keine Ahnung Scheiße Ey, wenn das jetzt kein Bug war Ich verpflanze Zucker aber einfach mal hier vorne hin, gell Boah Boah Was ist mit meinem FPS los, ich hatte auch schon mal mehr Hätte ich schon mal vielleicht meinen alten Treiber drauf gelassen Äh, machst du dann den Maschinenblock? Brauchst ja nur 8 Wörfe Night Iron Ich kriege so eine richtige Anstellung und nachfällig hin Ich kriege so eine richtige Anstellung und nachfällig hin Ja, auf jeden Fall Ich brauche ich Also sorry an der Stelle Ich brauche Falls irgendwie Ja Der ist halt zum festen Er nimmt jetzt mit einem neuen Betriebssystem auf Also hat es neu gemacht Also PC heute neu aufgesetzt Und da ist ja Und da ist ja Und da ist ja Vielen Dank.